Hi Leute, heute geht es um die 5 häufigsten Fehler, die du bei der Umstellung auf Rohkost machen kannst und wie du sie vermeiden kannst. Ja, die 5 häufigsten Fehler. Nummer 1, gleich an erster Stelle, ist zu viel Früchte. Viele Früchte heutzutage sind einfach aus dem Gleichgewicht, viele Früchte enthalten zu viel Zucker, viele Früchte sind überzüchtet und sind nicht biologisch angebaut, schweige denn regional seltenst und enthalten oft nicht mal Kerne. Ja, und Früchte entgiften den Körper einfach viel zu stark am Anfang. Früchte am Anfang höchstens mal Monomahlzeiten oder eine Früchtekur, mal für ein paar Tage nur Früchte oder so, aber niemals erstmal über längere Zeit, nie über ein paar Wochen nur Früchte oder so essen. Mindestens jeden Tag eine Mahlzeit mit Fett viel Grün. Also anfangs so wenig wie möglich Früchte, einfach nur für den Geschmack Früchte essen, aber niemals Fruchtmahlzeiten am Anfang machen bei der Umstellung. Zweiter Punkt, zu schnell umstellen. Viele Menschen machen es einfach viel zu schnell, springen viel zu schnell in die Rohkost rein und das überlastet den Körper einfach. Da kommt der Körper gar nicht mehr hinterher, wenn man nicht Einläufe macht, Saunagänge, die ganzen Gifte eben wieder ausscheidet, Trockenbürsten, da gibt es eben verschiedene Mittel, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Die 8 besten Detox-Methoden, könnt ihr mal nachschauen. Wenn ich daran denke, verlinke ich es mal oben in der Infobox. Nicht zu schnell umstellen. Schön, langsam. Schritt für Schritt. Allein wenn ihr vorher Fleischesser wart, zum Beispiel, ist der Körper schon so viel mehr entlastet, wenn ihr nur vegetarisch esst. Dann auf vegan, da kann man sich wieder ein Jahr mindestens Zeit lassen. Und dann von vegan vollwertig auf Rohkost kann man sich wieder ein, zwei Jahre Zeit lassen. Also geht es langsam an, nicht zu schnell umgehen. Und der dritte Punkt ist viel Grün. Viel Grün essen. Es ist so, so wichtig am Anfang. Der Körper, wenn er die ganzen Gifte ausscheidet, übersäuert total. Und ihr braucht einfach viel Grün, um denen entgegenzuwirken. Um wieder in euer Gleichgewicht zu kommen. Also viel Grün, Wildkräuter, Sprossen, Brennnesseln, Löwenzahn, optimal. Was Besseres gibt es nicht als Löwenzahn und Brennnessel oder andere Wildkräuter, egal was. Was ihr da da habt. Klee könnt ihr essen. Kennt doch jeder. Wächst überall. Punkt Nummer 4. Alles alleine machen. Viele suchen sich keine Hilfe dabei. Verbinden sich nicht mit anderen Leuten, die auf dem gleichen Weg sind. Und für mich war das einfach nochmal ein ganz neues Level, als ich mich mit den Leuten getroffen habe. Das erste Jahr, wo ich Rohkost allein gemacht habe, es war so unglaublich anstrengend, glaubt's mir. Also, das kann man sich sparen. Verbindet euch gleich von Anfang an mit den Leuten. Steigt da ein. Tauscht euch da aus. Gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten dazu. Es gibt so viele Rohkost-Potlucks mittlerweile. Selbst in kleineren Städten schon. Und verbindet euch da. Schaut am besten in Facebook. Da gibt's viele Gruppen. Genau. Zum Beispiel auch die Germany Goes Raw Seite. Da sind, glaub ich, die, ja, so ziemlich die meisten Treffen stehen da drinnen. Und dann die ganzen anderen Rohkost-Potlucks. Vegan ist ja sowieso kein Problem mehr heutzutage eigentlich. Da könnt ihr euch genauso verknüpfen, verbitten. Tauscht euch da aus. Punkt Nummer 5 ist, alles optimal machen. Schwingt ja schon ein bisschen mit, mit den Punkten zu viel Früchte und zu schnell das anzugehen. Aber dieses alles optimal machen, ist wirklich so in vielen Köpfen drin. Es geht nicht darum, alles optimal zu machen am Anfang. Schau einfach, dass du langsam, Schritt für Schritt umstellst. Lass dir da Zeit dabei. Wenn du das zu schnell angehst, dann ist dieser Sprung viel zu groß. Du musst dir mal vorstellen, dein Körper ist so entlastet, wenn er plötzlich nur noch Rohkost isst. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen, darüber, was du isst. Du hast dir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Dann brauchst du dir jetzt bei der Rohkost erst recht keine Gedanken drüber machen. Du hast vorher womöglich, was weiß ich, Pizza, Eis, alles Mögliche ab und zu gegessen. Backwaren, Weißmehl, E-Nummern, raffinierte Öle, Zuckerraffinierten, raffiniertes Salz und so weiter. Du hast vielleicht geraucht, hast Alkohol getrunken, was alles, Vitamine und so weiter raubt. Und jetzt in der Rohkost brauchst du dir allemal keine Gedanken, um diese ganzen Dinge zu machen. Geh da einfach langsam rein. Es ist egal, wenn du nicht alles optimal machst. Der Körper ist so entlastet und kann sowieso so stark entgiften. Und wenn dich die Hintergründe davon mehr interessieren, dann kannst du einfach mal in die Playlist schauen. Habe ich eine Playlist zugemacht. Rohkostreinigungswege auf meinem Kanal. Genau. Aber ich habe auch einen Videokurs, den kannst du dir umsonst anschauen zur Umstellung auf Rohkost. Verzweifle nicht dran. Mach nicht alles optimal. Am Anfang, wenn du es zu optimal machst, dann ist es viel zu gut für deinen Körper. Das ist wie wenn du einfach nur wochenlang fastest. Das kann dein Körper am Anfang gar nicht mitmachen. Das wäre viel zu krasse Entlastung, wodurch die ganzen alten Gifte wieder im Blutkreislauf kommen und du dich total schlecht fühlst, weil es viel zu schnell geht. Genau. Da musst du schauen, dass du wirklich die Gifte richtig ausleitest mit den Methoden, die ich schon erwohnt habe. Also Trockenfass. Äh, Trockenfürsten. Trockenfürsten. Und Einläufe, Saunagänge, Schwitzen, moderate Bewegung, genau. Ja, aber das mal nur so ganz kurz, grob, schnell. Ich hoffe, das hilft einigen weiter. Ansonsten, macht's gut, Leute. Ciao. 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 Ciao.